Yo Leute! Willkommen zurück zu Spark! Challenge! Challenge! Ja! Man muss ja auch mal was Neues machen, ne? Dann sagen... Lalalalalalalalalala So, es wurde gerade dunkel bei mir. Beim letzten Mal waren wir noch beim Angeln. Du magst es doch, wenn es dunkel ist. Und am besten mit mir zusammen. Und das letzte Lied, was noch nicht ganz zu Ende war, habe ich jetzt einmal wieder eingeschaltet. Uh! Der Herr! Seine feine Musik! Oh! Ja, musst du bei dir auch mal mit reinmachen. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Aber das ist immer das mit dem App bestimmen, so, ne? Ja. Alles nächstes Jahr, du... Machen wir keinen Stress. Und jetzt wird erstmal wieder weiter geangelt. Und mit unserer schönen... Unser richtig schönen... Tita! 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 Enderman! Hallo Enderman! Ich glaube du willst Ärger haben. Hallo Enderman! Willst du was auf der Fresse haben? Von dir auf die Fresse, ein Enderman! Ja ist klar, du stirbst eher. Es ist hell! Tita! 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 Auch geil! Ich habe die Angeln eingezogen und die hat sich schlecht ausgeworfen. Toll, Alter! Keine Enderpearle. Tita! 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 Achso, weißt du was ich dir empfehlen würde? Was denn? Mach dir lieber Eisenschwert und mach da Verzauberungen drauf, weil das ist mit dem Reparieren nachher billiger. Kostet ja nur Eisen. Aber ich bin der Meinung, man soll ein Dierschwert verzaubern, oder? Ja, du sollst erstmal ein Dierschwert, klar, verzaubern, aber danach, wenn es kaputt geht oder so. Und du hast keine Diamanten mehr, dann würde ich auf Eisen einfach umsteigen. Ist von dem Materialaufwand billiger. Ich krieg echt nicht das, was ich haben will. Was denn? Ja. Der Klauefisch. Oh. Aber die hatte ich schon. Aber was ich erstmal machen werde, ist Kartoffeln ernten. Kartoschkis. Und dann werde ich Kartoschkis in den Ofen stecken. Ehh. Reinstecken so richtig? Hm, so richtig reinstecken. Schön durchgarn lassen. Hm. Oh, Pferde. Pferde, 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 Pferde. Nice, 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 nice. Alles gut. Das ist mir nicht besser für unterwegs. Gebratene Kartoffeln bringen irgendwie mehr. Ja, oder? Naja, bringst du noch. Ja, ne? Bring noch zweieinhalb oder so, oder drei. Hab mich lieb, Pferd. Hab mich lieb, Pferd. Obwohl, ja, Fleisch bringt eigentlich relativ mehr. Ja, aber. Du und Kartoffeln, dann kannst du mehr ernten und alles. Hast du viel mehr nachher Zeit von. Außerdem kannst du Bugswitch machen. Ja. Das ist auch geil, das Ding. Müsste ich, ja. Sollte ich hier auch mal aufbauen. Stimmt eigentlich. Hab ich nämlich letztes Mal gefragt bekommen, wo ich ja die Ideen hab. Hm. Das ist einfach nur so aus Langeweile. Ja. Bei diesem komischen automatischen Sustiersystem. Hm. Das ist immer langweilig, weiß. Hä? In welche Richtung bin ich hier gelaufen? Wo muss ich denn da hin? Okay. Hm. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Und übrigens, wenn jemand das Lied haben will, das ist von Floyd Beats. Einfach mal auf seinen Kanal gehen. Und alles in der Videobeschreibung. Ja. Ich dich kenne. Und wie das Lied... Ja, ist normal bei mir. Das Lied heißt... Keine Ahnung. Nein. 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 Hu 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 hu. Was denn? Ich bin grad so knapp mit nem Pferd über so'n Lavasee geglitscht. Hu 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 hu. Alter. Das wird halt Chib chill mix. нес die Sociogenicрафie. Ehhh. Bid for포ocis Kiss Blake. Ach so. Für jemand anders ist das Beat. Oh ha 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 haja Hahahaha… Oh komm schon doch doch immer klarkriffl. Das ist ernsthaft die einzige Idee noch fehlt, ne? Ja. Ja. Okay. Oh ja. noch in der angel glück des meeres 2 hallo bist du da ja du ich habe noch lange habe ich doch gehört ich war gerade konzentriert mit dem pferd herum springen weil das kann ja wenn du passend nein wenn du passen der tasse drück sein kann er zwei berg hoch springen ja ich weiß mit ich über den über flusswege und berge schneller drüber kommen nein es wird dunkel egal nach hause komplett durch ach hier bin ich ja schon hier ist ja schon zu hause nice fährt hier bleiben ich wohl gleich ein zweites pferd ein bogen ein bogen haltbarkeit drei und schlag ein so das war es fährt jetzt kommt das nächste fährt und dann muss ich züchten und dann habe ich alle gezüchtet hihihi ich brauche diesen dunklen fisch endlich kriegst du nicht will ich aber lauf vor ist weil wenn ich das habe habe ich das nächste ziel oder lachs nicht nicht habe ich schon was ach so ja und lachs ja kann es ja ein kann es ja brennen kann es ja essen hast du wenigstens ja aber kannst du auch wir bringen trotzdem mehr ja klar aber so ich habe auch verschiedene ich habe das fleisch von den ganzen tieren die ich unterwegs finde ja kann man auch machen gut kostet je nachdem was du holst kostet das fünf slots aber federn kann man schmeißen und leder kann man unterwegs alles abschlachten mach ich ja beziehungsweise was ich meist mache ich immer jetzt überlege ich habe ich habe schon gut ich habe jetzt 64 und 24 schweinefleisch knapp anderthalb sechs ich habe nur abgeschlachtet unterwegs und erfahrung eingesammelt kann man auch machen so ist das ja würde ich dir einfach mal empfehlen das wäre jetzt sowas von geil zweites fährt eine zweite ziege namens vielleicht ich habe ihm die angel ausgeworfen weil ich falsch gedrückt habe one boy one na 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 one boy one ich habe mich jetzt verarschen will ich nicht gerade nicht schon wieder so zentos herden hier auf dem ofen keine kiste mit platzieren warum über den ofen doch muss das schiff geht nicht klar nein aber über die welt wenn ich später aber über den ofen nicht komisch angeln rein oben rein warum willst du denn dann mach doch deinen trichter drüber dann kannst du mal das reinschmeißen automatischer ofen müssen wir gleich auch noch machen ich habe viel zu viele öfen da stehen ja nur ein oder einfach nur ein fleisch sprennst oder so viele zentos herden hier wieder sind was ist in dem wort dass du bist ein schwein und da sind wirklich so zehn tiere minimum best noch looting darauf schön 40 fleisch in der kasse alles schön ist wenn du dich nicht bewegst du brauchst wenigstens keine energie ich hab genug fleisch dieser klauen fisch ne alles andere krieger aber nur kein klauen fisch ich weiß ja nicht wo du angelst bei mir im see ja ein klein so kleines mist ding ist schon etwas größer naja muss schon tief sein ne ja muss etwas tiefer sein muss wieso ja weiß ich auch nicht aber wieso krieg ich noch einen kugel fisch trotzdem weiß ich nicht das klauen fisch muss etwas tiefer sein ja nachkommen dann gehen wir wollen das dann wird habe ich dabei wenn ich schlafen muss so ist das dann nicht und mehr haben wir schon eigentlich ja weil du musst offene see also ich sag mal offenen see musste haben also ein offenes meer komisch dass du den kugelfisch kriegst ja weiß ich auch nicht nur bei mir war es ja offen habe ich das ja direkt klack ich habe sie probiert war nix ging klack 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 low foels low wo stinks aber wenn man über tieferes wasser angelt dann schwebt das schon mal ein bisschen da drüber irgendwie ne ja das ist komisch ach du kannst du mich marken kannst du mich marken 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 kacken vor zwei sticks schweine falsch ich werde noch alle verbrennen so waren jetzt hier die pferde ich glaube das war das biome ich glaube das war die schokolade wir labern hier echt so eine scheiße das gibt das machen wir immer standard echt es finden sich nur bekloppte zusammen ja wir brauchen über keine themen reden weil wir keine themen wirklich kennen oder was soll ich mit dir reden politik das alltäglich leben vergisst es über können ja mal gucken was interessant wäre ob wir darüber mal reden können können aber nicht müssen oder wollen ja oder die zuschauer können ja mal was in die kommentare schreiben und dann suchen wir uns vielleicht aber auch nur ganz vielleicht da was raus das machen die nicht wir haben zudem nicht zuschauer ja bei anderen sollte das sogar klappen wenn du noch zuschauer hast ist kein problem da schreiben ein paar leute da rein dann kannst du das thema aussuchen ja es gibt mal welche die das wirklich machen wir haben so wenig abotenten aber auf so eine community hätte ich auch echt Bock wo du immer kommentare lesen kannst dann durchschreibst mit denen und so ja ich habe zwei drei aktive leute habe ich ja ich habe auch eine zeit lange mal zwei drei aktive gehabt das war bei take it light take it light what's light ey ja aber damit habe ich so wirklich angefangen mit take it ne ja mit take it komm wir spielen mit jemand anders take it zusammen ich will ja keine namen ich will ja keine namen ich will ja keine namen schöne grüße nicht oh erst hatte ich ja mit take it classic angefangen da wo du mit diesem komischen table noch rumschicken konntest immer äh mit ja und da sind wir auch wollten wir auf take it light um inzwischen dann hatten die beiden keine zeit mehr mit den nitas gemacht mit schule place und und jemand anders und kollegen der kollege ja und dann habe ich take it light alleine angefangen ja dann ist es ja nicht schlecht nö weil gut bei dem anderen take it hast du irgendwann keinen bock mehr weil es ja nur noch cheat 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 ja aber momentan läuft eh kein single player bei mir mehr weil ich nicht so wirklich drauf lust habe alleine ganze single player zu spielen ja merk ich bei direwolf auch immer mal gucken vielleicht kommt das mal wieder ein halbes serve vielleicht wir können wir können jeder single player spielen reden aber nur zusammen ist ja so wie hier ja ist ja fast ja ist ja single player für jeden und wow mein bein juckt und wir nehmen jetzt zusammen auf wow single player together gequatsche ja genau sowas ja das kann man nämlich auch machen plopp 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 примерно 10 plopp naja nach und nach kommt er schon ich habe ja auch die 50 geknackt Bin ich ja stolz, you Oscar. Oh wow wow wow. Hä? So weit waren noch gar nicht die Pferde weg. Oh, anderthalb Minuten noch. Äh. Dö, 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 dö. Du musst niesen, aber auch wiederum nicht niesen. Mann, das ist nervig. Aber mach bitte nicht alles gleichzeitig. Was? Nicht niesen, aber doch niesen? Oder was? Niesen, Furzen und, äh, was war das noch? Niesen, Furzen und Röpsen. Röpsen, genau. Äh, wie hieß das denn nochmal? Was? Ähm. Kindsköpfe oder was? Ja, Kindsköpfe 2. Ja. Ich hab ein Seerosenblatt eben geangelt. Ihh. Rosettenblatt. Äh. Rosettenblatt, das hast du gerade gefragt. Nein, hab ich nicht gesagt. Nö, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nö. Mäh. Oh ja. Schleck mal. Ich rede immer die ganze Tag jetzt so, oder? Okay. Ja. Iiiiih. Oder ich mach das wieder, was ich in Tag it light gemacht hab. Ich mach das wieder so. Da hab ich mein... ...Headset mit angeschlossen, also mit reingemacht. Und dann hab ich immer zwischendurch umgeschaltet und dann diese Küche-Stimme da reingenommen. Ja. Und das hab ich dann den Küchen-Hamster geändert. Ich kann ja ganze Zeit so hoch reden. Aber irgendwann geht das doch mein Hals. Oh. Was denn? Das hat auch Spaß gebracht. Zehn Sekunden. Ja, ich weiß. Mal gucken, nur einen Fisch angele ich doch noch, oder? Wie, warst du jetzt die ganze Zeit noch am Angeln? Ja. Was geht denn bei dir ab? Okay, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bye, bug, challenge. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.